Guten Abend, mein Name ist Dirk Jankiewicz, ich bin hier vor Ort der Einsatzleiter der Polizei. Am heutigen Tage gegen 0.36 Uhr kam es auf der Waltrupper Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Pkw, der von einem 65-jährigen Mann aus dem Bereich Recklinghausen geführt wurde, kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug fing daraufhin Feuer. Durch drei anwesende Ersthelfer im Alter zwischen 38 und 48 Jahre konnte der Mann aus dem sich entzündenden Fahrzeug befreit werden und wurde auf dem Bürgersteig sofort erstversorgt und die Personen versuchten den Mann zu reanimieren. Leider ist der Verkehrsteilnehmer gegen 1.47 Uhr verstorben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Die Bahn ist doch wirklich so. 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 Die Bahn aus dem Brief auf einer sehr tivemente Arbeitsstadt Uhrt. Der muss eine frische Abkommission kommen. Vers StepAfter checks lassen. Untertitelung des ZDF, 2020